Harry is the Electron Rammstein-Fan In his caravan, it's the future man Nimm zu viel weg Oh Gott Oh Gott Ah, ja, genau Ach, halt die Fresse, Kirby Halt die Fresse Du blödes Arschloch Okay, Stein So Leck mich Arsch Achso, die kann man gar nicht Die kann man gar nicht einzaugen Ja, dann sag's doch Sag's doch, bitte Halt Das sind Fallen, das sind Fallen, das weiß ich noch Es ist witzig, die zu töten Ja, sehr witzig Sehr, sehr witzig Fuck it Sag mal Halt Ja, genau, du Arsch Das kannst du also auch Ja, okay, gut Gut, ich bin wieder drin Ja, ich bin wieder drin Ich hab wahrscheinlich noch ein Leben Aber ich bin wieder drin Cool, das geht auch Sehr gut Explodiert Ich will keinen Doppelbomerang Ich will was anderes Ja, klasse Wie komm ich da ran Ja, sehr gut Brauch ich Stirb Sehr gut Bomerang und Stein Das weiß ich noch Da kann man dann Figuren draus Schnitzen Nicht sehr hilfreich Aber es sieht witzig aus Ja, genau Ey, was ist denn los Wie lange hält diese Scheiß-Explosion Wollt ihr eigentlich auch Da oben Lobby ein bisschen machen Brrr Ich werd nicht eingeladen Könnt ihr vergessen Max, ich hasse dich Ich hasse dich Letzt mich in die Open Lobby ein Du Arsch Achso, so kann ich mal wieder was aufnehmen Oh, guck mal da oben drach Oh, und jetzt kommen wir durch Mann, ich wollte mein Leben bekommen Oh, eins zu verlieren Meine Güte, Alter Ach, halt die Schnauze Du hässliches Arschloch Entschuldigt für diese bösen Wörter In einem süßen Körbyspiel So Jetzt reicht's Zwei mal was bekommen Ohne was zu verlieren Also Das ist alles sonst gar keinen Sinn Verschwinde Verschwinde du scheiß Weh am Haus Genau, die können auch hochfliegen So sieht's mal aus Verdammt Da, 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 da Guti Guti Sieht doch gut aus Weckt mich Nein Boah, fast noch angesprungen Genau Geh weg Geht weg Böse, 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 böse Bö, 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 böse Ich sollte mal wieder Ballshop machen Aber ich weiß nicht Gerade Nicht wirklich Lust drauf Besonders weil jetzt die schweren Stellen kommen Aber Was war denn das jetzt? Wie hab ich die Sterne verpasst? Hier Wie hab ich die Sterne verpasst? Aber auch die Aufklärstellen Wirklich Der verpasst die Sterne so Ja, Kirby Leck mich am Arsch, du Jetzt kommen die Stellen Die alles ein bisschen Aufklären Die Geschichte und so Oh Was soll's Werde ich schon irgendwann weitermachen Ich hab Da ich das Spiel bis jetzt sowieso Persönlich nur einmal durchgezockt hab Was soll's Wieso wie ich von Beispiel Wenn ich Kirby LP Yeah Komm nicht so tief runter Verdammt Alter Das war knapp Nein Gott, halt doch die Schnauze Na also Gott, könnt ihr nur noch unten werfen? Ihr seid genauso dumm wie meine Schwester Die wirfst du genau auf ihren Fuß Ach du je Okay Die sind sehr nervig Da warte ich, da warte ich Ich kann nicht fliegen, wenn der Boomerang fliegt Geht doch, Kacken Was zum Scheiß, Alter Was zum Scheiß Nicht so tief unter Guti Das Spiel ist ziemlich hart Hab ich nicht gedacht Doch, hab ich ja am Anfang auch gesagt Kommt doch nicht so tief runter Oh ja, genau Oh mein Gott Puh Wie viel leben wir noch? Drei Na, nice Lolli Juhu Kirby Fickt euch alle Meine Jungs Bumsen euch alle Oh lalalali Äh, achso Man kann ja durchgehen einfach Cool Brauche ich Ein Sandwich Wenn man was gut ist Und ein Eis Die Musik ist geil Ja Das ist nicht mal Das ist Das Das zeigt nicht mal an Wenn es kurz vorm Verrecken ist Diese Fähigkeit Es ist ja wie wenn eine Ampel ist Und es ist kein Gelb da Verdammt Naja So ungefähr, ne Da läuft man einfach Ein Gegner rein Und man weiß es nicht Zumindest weiß man nicht Wann die scheiß Fähigkeit endet So Toll Gut anfangen Felsspalte gefallen Oh Gott Ja komm, wehle die Komm, wehle die ein bisschen Komm, komm, komm Move your ass Move your ass Okay Achso, die können wir ja töten Stimmt ja Macht ja nix Wo Okay, gut Felsen können wir nicht töten Merken, wenn ein Aufrufzeichen kommt Hüpfen Ja, da nicht unbedingt Weil da unten ist glaube ich ein Crystal Kann das sein? Weiß nicht Ist da ein Crystal? Irgendwo ist ein Crystal, oder? Verdammt Vielleicht war da oben eins Einer Eines Eine Eine Crystal Ui, Star Fox Eine Crystal Irgendwie denke ich immer an die Schlampe Wenn ich Crystal sage Die ist aber auch geil, oder? Nein Habe ich gar nicht gesehen Ich habe ein Crystal gedacht Okay, gut Jetzt müssen wir nur vier Leben haben Okay, da kann ich nichts machen Das gehört zum Spiel Ja, vier noch Puh Okay Links geht es nicht weiter Dann geht es rechts weiter Das ist die einfache Logik Deine Mutter läuft bei Super Mario Bros. nach links Kennt ihr den? Ja, den kennt ihr Noch drei Gut, ich zähle mit Diese Scheißfrische Die kriegen ja immer Wenn man einfach so durchrennt Warte mal Da oben ist doch was, oder? Fuck! Äh, ja Gut Immer noch drei Komm 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 Frosch Na also Da oben ist ein ab Wala One up Alter, was geht mit dir? Level up Ja, nice One up Das muss sein Oh Gott, was ist das für eine Konstruktion hier? Ja, was ist das für eine Konstruktion? Da kann man einfach durchlaufen Man muss ja nicht unbedingt hüpfen hier So, stirbt Mist Du auch noch, komm Kriege ich die Krabbenpower, wenn ich dich einsauge hier Da werde ich rot und hab scheren Okay Diese sind Krabben eigentlich rot Die sind eigentlich braun Die müssen kocht werden Ach, das ist da oben sind Kanonen Ich soll vielleicht weniger über Krabbengerichte reden Und mehr zocken Oh Gott, was ist denn das? Oh, ich will es nicht wissen Oh je Will ich nicht wissen Nein Gelee Ey, Gelee Geh weg, Gelee, geh weg Das ist, das ist Quallengelee Blaues Quallengelee Lecker, lecker Naja, nicht wirklich Okay Wie viel noch? Zwei? Oh Gott Ich brauch mal ein Stück Fleisch oder ein Stück Kuchen oder irgend sowas Halt, 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 halt Da ist Elektro Da ist Elektro Das kreuz war doch gleich mit Boomerang Verdammt Nein Nein Verdammt Doppel-Elektro Elektro weiß nicht, was er macht Ich weiß nicht, was Boomerang und Elektro macht Ah Meine zweite Chance Yes Was macht das? Oh mein Gott Ein Laser Sword Yeah, Mann D, D, D Ich bin dein Vater Ja, toll Und während ich das Laser Sword habe, kann ich nicht fliegen Das ist scheiße Ah, ich kann es wegstecken Sehr gut Das ist cool Okay, was kann man hier in den Laser Sword machen? Nur das? Nur das Nur das, ja Nur das Schade Was ist das? Ja, ich bin dein Vater Ich bin dein Vater